Guten Abend, herzlich willkommen bei Talk und Tore. Bei uns gibt es heute ein zentrales Thema und das ist Rapid. Es gibt ja einiges zu besprechen, was den österreichischen Rekordmeister betrifft. Da gibt es zunächst Probleme auf der sportlichen Ebene. Kein Punkt in der Europa League, zwar Platz 3 in der Liga, aber der Rückstand auf den Tabellenführern. Das ist ausgerechnet der Lokalrivale, das ist ausgerechnet die Wiener Austria, ist schon sehr groß. Da gibt es nach wie vor die Probleme mit den Fans. Die wirtschaftliche Situation ist angesprochen und es gilt auch die Frage zu klären, was passiert jetzt eigentlich mit dem Hanabi-Stadion. Wir freuen uns sehr, dass der Präsident des SK Rapid heute unser Gast ist. Schönen guten Abend, Rudolf Edlinger. Guten Abend. Bei uns zwei Journalisten, die sich in den vergangenen Tagen gerade sehr kritisch mit dem SK Rapid auseinandergesetzt haben. Alexander Huber von Kurier. Guten Abend. Und ich begrüße Daniel Mandl von abseits.at. Und die Runde kompletiert unser Sky-Experte Hans Kankl. Guten Abend. Schönen Abend. Sie haben gestern den 3-0-Sieg der Rapidler in Mattersburg natürlich beobachtet. Was war das, Hans? Ein Schritt in die richtige Richtung? Ein Schritt aus der Krise? Ein Befreiungsschlag? Oder einfach nur ein Pflichtsieg gegen einen schwachen Gegner? Alle drei ersten Sachen, die du gesagt hast. Und natürlich auch der erste Schritt. Ein Pflichtsieg. Und in diesem Moment ein bisschen beruhigend für Rapid, weil es war wichtig, diese drei Punkte zu machen. Welchen Stellenwert der Präsident hatte der Sieg gestern? Für Sie auch? Für den Trainer? Für die Mannschaft? Also für mich zunächst einmal die Tatsache, dass wir drei Punkte gemacht haben. Dass wir drei Tore geschossen haben. Und dass auch wenn gegen einen nicht gerade übermächtigen Gegner es doch gezeigt worden ist, dass wir uns sportlich mit einer extrem jungen Mannschaft durchaus auf dem richtigen Weg befinden. Ein Weg, der riskant ist. Ein Weg, der steinig ist. Ein Weg, zu dem wir uns vor etwa ein, ein halb Jahr entschlossen haben. Nämlich vor allen jungen Spielern eine Chance zu geben. Und da muss man eben ganz einfach auch Geduld haben. Und man darf aber nicht vergessen, und das möchte ich schon in dem Zusammenhang anmerken, dass wir im Vorjahr mit einer ähnlichen Mannschaft Zweiter geworden sind. Dass wir in der Euroliga in der Gruppenphase sind, als einziger österreichischer Verein, wenn wir auch dort einstweil noch keine Punkte gemacht haben. Aber das geht so schnell verloren. Ich weiß schon, dass Fußball eine unglaublich schnelllebige Angelegenheit ist. Eine emotionelle Angelegenheit ist. Aber man soll an und für sich die Dinge, wie sie sind, beurteilen. Und wenn es eine schwierige Phase gibt, nicht noch etwas dazulegen. Also einiges los im Westen Wiens, und es gibt auch positive Dinge. Darüber werden wir heute auch natürlich reden. Alexander Huber, der Kurier, hat heute positiv getitelt Rapid. Spazierte aus dem Tief, geht das so schnell? Meiner Meinung nach, und das hätte auch, wenn das Spiel 0 zu 3 statt 3 zu 0 für Rapid ausgegangen wäre, ist das sportliche nicht das wesentliche Problem. Und das merke ich auch an den vielen Reaktionen, die es momentan zu Rapid gibt. Es ist ein Teil des Problems, und es wird wieder besser werden. Und die Ansprüche für viele Fans sind vielleicht auch nicht realistisch. Aber die Probleme, die sich aufgestaut haben, sind eher strukturell. Und da ist halt dann diese junge, teilweise vielleicht auch überforderte Mannschaft ein Ergebnis daraus. Bleiben wir zunächst einmal beim Sportling, Daniel Mandl. Wo steht Rapid derzeit sportlich? Genau dort, wo es möglich ist. Es ist mit dieser Mannschaft im Grunde nicht mehr drin, als der dritte Platz hinter Austria und Salzburg. Und das ist dadurch möglich gemacht worden, dass der Verein immer wieder die Erwartungshaltung bewusst niedrig hält, bewusst sehr durchschnittlich agiert, zum Beispiel auf dem personalpolitischen Sektor, aber eben, wie der Alex Huber gesagt hat, eben auch im strukturellen Bereich und von ganz oben hinunter. Hans Krankel, fehlt dieser Mannschaft die Qualität? Wenn sie komplett ist, dann fehlt ihr nicht die Qualität in Österreich. Dann können sie vorne mitspielen. Mein Mastertitel ist wahrscheinlich schwierig. Ansonsten, wenn sie komplett sind, würde es gehen. Wenn sie ein bisschen Ausfälle haben, dann gibt es Probleme. Dann ist die Qualität nicht so vorhanden. Aber was stört und was auch mich stört, ist das, das habe ich schon oft gesagt, Rapid darf ganz einfach nicht in eine Mittelmäßigkeit verfallen. Das darf nicht sein. Und in letzter Zeit, wenn halt schlechte Resultate sind oder eine schlechte Zeit ist, wie jetzt, fällt Rapid in die Mittelmäßigkeit. Und das darf nicht passieren. Rapid darf niemals ein Sparverein sein. Rapid darf niemals, auch das habe ich schon gelesen, ein Frohe im Sparen ist okay, wenn man kein Geld hat, das geht ja noch. Aber Rapid darf kein Ausbildungsverein sein. Und ich habe auch schon sehr oft gelesen, dass Rapid ein Ausbildungsverein ist. Das darf nicht sein, dass man den einen oder anderen guten Spieler, der überdurchschnittlich bei Rapid gut spielt, dann weiterverkauft und einen Gewinn damit macht. Das ist kaufmännisch okay, das ist auch in Ordnung. Aber Rapid ist so eine Marke und hat so eine Tradition und ist so ein Verein. Der darf kein Ausbildungsverein sein. Herr Steffen Hofmann bleibt Rapid erhalten. Bis 2016, Drei-Jahres-Vertrag. Richtig. Hat er bekommen. Gestern hat es endlich einen Sieg ohne ihn gegeben. Ja, was beweist, dass wir nicht nur auf den Hofmann angewiesen sind. Was mich sehr freut, aber ich möchte vielleicht auch eine Bemerkung zu dem Gesagten machen. Es ist ungeheuerlich schwierig, in Österreich einen Verein zu führen, der sich einerseits einer bestimmten Tradition verpflichtet fühlt und auf der anderen Seite sich nicht an einen Eigentümer verkaufen möchte. Ich möchte nur ein ganz Beispiel sagen. In den elf Jahren, in denen ich Präsident des SK Rapid bin, sind sechs verschiedene Vereine österreichischer Meister geworden. Zweimal war das Rapid, einmal war es der GAK, Sturm Graz, Innsbruck. Diese drei Vereine sind unmittelbar nach ihren Meistertiteln entweder im Konkurs, in Ausgleich gegangen, religiert worden, einen gibt es gar nicht mehr mehr. Präsidenten sind strafrechtlich verurteilt, der nächste große Prozess in Graz folgt noch. Und die anderen zwei haben zur ersten Zeit den de facto Eigentümer Stronach mit dem Sack voll Geld und in der zweiten Phase Salzburg mit Mateschitz mit dem Sack voll Geld gehabt. Ich will damit nur sagen, dass der Weg, den wir gehen, nämlich wir wollen nicht jemanden, der einen Sack voll Geld herstellt und dann allein bestimmt, was passiert. Wenn was beispielsweise gerade mit den Fans, die ich zum Teil sehr schätze, passiert, wenn jemand mit Sack und Geld hier ist, hat Mateschitz ja bewiesen, was in Salzburg passiert. Das möchte ich nicht. Und da ist der andere Weg, den wir gehen, schwieriger. Denn eines passiert auch nicht. Rapid wird nicht in den Konkurs gehen und der Präsident nicht in den Häfen. Aber reicht es als Antithese von Red Bull Salzburg aufzutreten? Ja, das muss man versuchen, dass das geht. Aber was ist die These? Soll ich in Häfen gehen und der Verein in den Konkurs, damit er einen Meistertitel kriegt? Oder sollen wir uns verkaufen? Aber wenn es einen Menschen gibt, der sehr viel Geld in den Fußball investiert, das ist ja per se nicht schlecht. Gut, der Didi Mateschitz hat eigentlich einen neuen Verein gemacht. Das kann ja bei Rapid niemals passieren, dass wer kommt. Man muss ja das so sagen, der Didi Mateschitz hat ja nicht umgebaut, sondern der Didi Mateschitz hat aus Austria Salzburg oder Austria Wüstenrot Salzburg, wie er noch dort war, war es Austria Salzburg oder Wüstenrot Salzburg, hat dann völlig einen neuen Verein gemacht. Der hat gesagt, da waren diese Schwierigkeiten mit den Fans. Und der Didi Mateschitz hat gesagt, wir heißen jetzt Red Bull Salzburg und wir spielen jetzt Rot-Weiß oder Weiß-Rot. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Lizenz von Austria Salzburg hat auch die Lizenz. Aber Herr Gankl, jeder, der ein Sorggeld herstellt, will bestimmen. Das gibt die Caritas nicht. Und daher ist die Frage, was wollen wir? Ich möchte, dass aus der Tradition heraus auch die Zukunft gemeistert wird. Ich weiß, dass das ein schwieriger Weg ist. Es ist ein Weg, der kritisiert werden kann. Es ist äußerst schwierig, in Zeiten wie diesen entsprechend auch Sponsoren zu finden. Gar keine Frage, obwohl wir immerhin jährlich ein Volumen von 8 bis 9 Millionen haben. Das ist ja nicht so schlecht. Um nämlich die Identität des Klubs nicht über Bord zu werfen. Das ist mir persönlich ganz wichtig, dass Rabid in seiner Identität bestehen bleibt. Und das ist ein schwieriger Weg. Ich könnte mir das viel einfacher machen. In der Zeit, in der ich Präsident war, hat es mir mal jemanden gegeben aus Osteuropa, der uns kaufen wollte. Nach dem zweiten Gespräch war ich weg, weil ich genau gewusst hätte, was der machen will aus dem Verein. Nämlich ein Sprungbrett für andere Aktivitäten, die es in Westeuropa zu realisieren gibt. Und das spielt es mit mir nicht. Es gibt aber andere Vereine, zum Beispiel auch wie Bayern München, als sehr positives Beispiel, wo nicht einer kommt mit einem Sack voll Geld. Und Allah bestimmen wir. Bei Bayern ist es so, dass die Bestimmung immer beim Dreigestirn ist. Da gibt es den Franz Beckenbauer, der sich jetzt im Hintergrund hält, aber trotzdem Ehrenpräsident ist. Es gibt den Uli Hoeneß, der der starke Mann ist. Es gibt den Kali Rummenigge und es gibt einen Trainer, der zu bestimmen ist. Der Trainer ist in dem Fall gar nicht wichtig, weil dieser Verein bestimmt mit dem Dreigestirn, was dort passiert. Und den Trainer holen sich dann. Das ist einmal der Heinkens, einmal der van Gaal, einmal der Mourinho und einmal ein anderer. Und das mit einem 15-fachen Budget von Rapid. Also das ist ganz einfach nicht vergleichbar, Herr Kranke. Ja, aber Sie haben Sponsoren gesucht, Bayern München. Und Bayern München hat ja auch nicht immer so viel Geld gehabt. Und Bayern München hat Sponsoren gefunden. Leute, wie Sie sagen, das sind halt Konzerne, aber es sind eh meist Konzerne. Es ist ja nicht einer, der Materschitz ist ein Konzern. Haben Leute gefunden, die mit einem Sack voll Geld kommen. Aber die bestimmen nicht. Weil bestimmen dann bei den Bayern und bei welchem Verein. Ich bin kein großer Bayern-Fan, jeder, der mich kennt, weiß das aber trotzdem. Welcher Verein ist besser geführt wie Bayern München in Europa? Und was haben die erreicht? Mit einem Dreigestirn, wo sind drei ehemalige Weltklassenspieler, drei ehemalige und jetzige Persönlichkeiten, die den Verein führen mit vielen anderen Leuten, die im Hintergrund arbeiten, für die drei. Aber bestimmen und reden dann nur die drei und die führen diesen Verein. Und da ist auch einer gekommen mit vielen Säcken von Geld auf die vielen Jahre. Gibt aber auch eine AG-Struktur der Beteiligten. Also Firmen, wie zum Beispiel auch. Natürlich. Reden wir mal vielleicht. Ist Bayern München? Das ist ein Firmen-Imperium, das sich da im Laufe der Zeit auch entwickelt hat. In einem Wirtschaftsraum, der unvergleichbar ist mit unseren. Und auch mit Geldern, die der Verein hat, die unvergleichbar sind. Und auch wenn ich mir die Fernsehgelder ausschaut. Die Bayern kriegen 28 Millionen vom Fernsehen, ich kriege eine. Über Sie war immer so viel Free-TV. Das hat er nämlich nichts mitbefänden. Also wenn Sie 28 Millionen herlegen, dann bin ich sofort für Sky 100%ig und in jener Minute. Ich will es weiterlaufen. Aber für eine Million, muss man schon sagen, das kann man ganz einfach nicht vergleichen. Hier sind völlig andere Rahmenbedingungen gegeben. Und Sie werden in Österreich einen Verein, der ein solches Wirtschafts-Imperium aufzubauen im Stand ist, nicht finden. Das wird da nicht gehen. Ich habe den Eindruck, dass Rapid einen Spagat versucht, der sich nicht mehr ausgeht. Es ist sehr ehrenhaft, dass ein 72-jähriger ehrenamtlicher Präsident mittlerweile fast täglich ausrückt, um verschiedene Baustellen zu beackern. Ich nehme an, Sie haben jetzt wahrscheinlich ähnlich für öffentliche Termine wie in Ihrer Zeit als Politiker. Sie machen das ehrenamtlich. Und die Baustellen werden aber nicht weniger. Mein Eindruck ist, dass sich dieses System, das Rapid ungefähr vor 15 Jahren so aufgestellt hat, dass sich das nicht mehr ausgeht. Es ist einerseits dieser ganz bewusste Traditionsgedanke. Und wir verkaufen uns nicht. Und das Hanna-Bestadion ist das Hanna-Bestadion. Und wir sind Rapid und wir gehören nach Hütteldorf. Und wir wollen uns nicht aufkaufen lassen. Das beschränkt natürlich die Einkommensseite. Andererseits will man aber nach wie vor, so wie es der Name Rapid in Österreich verlangt, ganz vorne dabei sein. Das geht sich vielleicht einmal aus, wenn es zum Beispiel so wie damals unter Peter Backel einen legendären Lauf im Frühjahr gibt mit einem 7 zu 0, was nie wieder passieren wird. Aber im Grunde kann es sich eigentlich nicht mehr ausgehen. Und deswegen ploppen jetzt da, dort und da die Probleme auf. Es gibt ein baufälliges Stadion, es gibt eine Mannschaft, die wesentlich weniger Qualität hat als die von Salzburg. Ganz logisch, die haben viel mehr Geld. Und trotzdem gibt es noch diesen Anspruch von Rapid. Und dann meine ich, man müsste entweder offen sagen, es geht sich nicht mehr aus, wir müssen die Ansprüche herunterschrauben. Oder wir stellen uns neu auf und sagen, wir ändern was. Das, glaube ich, ist momentan das Problem von Rapid. Und dazu muss man noch sehen, dass man Bayern München und Rapid budgetär und auch überhaupt von der breiten Wirksamkeit überhaupt nicht in Relation setzen darf, weil das einfach nicht einfach dermaßen... Ich meine es ja nur in der kleinen... Ich meine eh nur, ich meine nicht in der Relation. Wenn man den Faktor zählen nimmt... Das ist ein anderes Budget, das darf man überhaupt nicht in Relation setzen. Für eine andere Geschichte. Aber es ist sehr wohl Bayern München und viele, viele andere Vereine in Deutschland, England und wo auch immer, ein eindeutiges Vorbild für Rapid auf struktureller Ebene. Wenn man sich anschaut, ich nehme immer sehr gerne das Beispiel in Dortmund, wo sich bei sportlichem Misserfolg oder auch Erfolg, Zorc, Michael Zorc vor die Kamera stellt und dort Rede und Antwort steht, wenn es Probleme gibt, im Notfall vielleicht doch einmal der Mannschaft in Orschtritt und auf wirtschaftlicher Ebene hat man den Hans-Joachim Watzke, der sich genauso nach außen präsentiert und nach außen sehr präsent und man hat auch das Gefühl, sehr gerne dort steht. Bei Rapid ist eben das Problem, dass es gibt ein Präsidium, dann sind Männer im Hintergrund, dann ist der Trainer. Wenn es wirtschaftlich Probleme gibt, steht der Herr Edlinge vor der Kamera, wenn es sportlich Probleme gibt, der Herr Schöttl. Aber es sind trotzdem noch wesentlich mehr Fäden in diesem ganzen System. Über die Struktur des Vereins reden wir gleich. Vielleicht bleiben wir noch kurz mal beim Sportlichen. Herr Edlinger, dieser Drei-Jahres-Vertrag für Steffen Hofmann, was bedeutet der für Rapid? Der bedeutet, dass ein sehr wichtiger Spieler, ein Spieler, der innerhalb und außerhalb des Spielfeldes eine hervorragende Persönlichkeit ist, an den Verein gebunden ist und dass das zumindest auch ein Signal dafür ist, dass wir ihn wertschätzen, dass es auch ein Signal dafür ist, dass wir, soweit ich das aus heutiger Sicht sehen kann, auch später in der Zeit nach seiner Fußballkarriere mit Steffen Hofmann rechnen, als einen ganz wichtigen Bestandteil des Vereines, der nach außen auch wirken kann und der durch seine Intelligenz und auch durch sein Charisma, Charisma verblasst zwar, das ist mir schon klar, Wesentliches für den Verein leisten kann. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich gebe schon zu, dass manches in der Öffentlichkeit vielleicht anders wirkt, als es in der Tatsache ist. Sachdienlich ist es allerdings nicht. Wenn in manchen Medien Dinge berichtet werden, die ganz einfach nicht stimmen. Wir bleiben noch kurz beim Steffen Hofmann. Dreijahresvertrag für einen 32-Jährigen ist aber doch ein gewisses Risiko. Ja, mir wird ja vorgeworfen, ich sei nicht Risiko, ich bin nicht bereit, Risiko einzugehen. Also Sie gehen jetzt mehr Risiko? Ich glaube nicht, dass das ein Risiko ist, weil ein Mensch mit 32, der auch einen so tadellosen Lebenswandel führt, der kann schon bis 35 auch Fußball spielen, vielleicht nicht mehr auf dem Zenit, aber jedenfalls in einer Art und Weise, der für den Verein wichtig ist. Und ich sage noch einmal, er ist als Fußballer wichtig, aber er ist auch als ganz toller Charakter wichtig für den Verein. Und daher habe ich das gemacht. Ja, und Steffen Hofmann ist enorm wichtig für Rapid, ist eine Identifikationsfigur. Und welchen Stellenwert er innerhalb der Mannschaft hat, das hat man ja gerade in den vergangenen Wochen gesehen. Ohne ihn hat es überhaupt nicht funktioniert. Mit ihm hat es den einzigen Sieg gegeben gegen Salzburg. Aber gestern hat es dann auch ohne ihn endlich geklappt, Markus Klima. Sonntag in der Früh, Audienz beim verletzten Mannschaftsführer. Steffen Hofmann, Frühaufsteher auch am Sonntag? Ja, notgedrungen. Daheim, in aller Ruhe, sieht er das 3 zu 0. Und atmet schließlich kurz durch, wie alle seine Kollegen auf dem Feld auch. Ein Sieg gegen Mattersburg und alles ist wieder gut? Nein, das nicht. Ich glaube, es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns. Wir haben wieder mal ein Erfolgserlebnis gebraucht, das haben wir uns gestern geholt. Und ja, jetzt wissen wir aber trotzdem, dass es in den nächsten Wochen schwierige Aufgaben kommen und auch da müssen wir punkten. Ein Sieg, der nicht blenden darf. Denn man kann nicht so einfach vergessen. Die jüngsten Pleiten, der Fan-Protest gegen Wolfsberg, der auch gestern, anfangs, seine Fortsetzung findet. Neun Punkte Rückstand auf die Austria, die an der Spitze steht, sind es immer noch. Zu viel für den Rekordmeister. Der Kader von Rapid vielleicht doch, in Anführungszeichen, zu schlecht für ganz oben. Ich glaube nicht, dass er zu schlecht ist für ganz oben. Das Einzige ist, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler im Kader und wenn dann einige Spieler ausfallen oder einen Tief haben, die vielleicht wichtig sind, dann kann es eng werden. Hätte sich nicht auch deswegen in der Mannschaft strukturell einmal etwas ändern müssen? Das Spiel fast gänzlich, vom auch schon 32-Jährigen abhängig. Fehlt Steffen Hofmann, fehlt meist, so auch zuletzt der Erfolg. Hätten Sie als Vereinsboss mit Steffen Hofmann verlängert? Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass ich nach wie vor ein guter Spieler bin, ein wichtiger Spieler bin für die Mannschaft. Und jemanden zu finden auf die Schnelle, der meinen Part übernimmt, ist erstens nicht leicht und zweitens auch nicht billig. Man hätte ja zum Beispiel sein üppiges Gehalt in mehrere Spieler investieren können, denn? Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich der Bestverdienste-Rapidler bin. Unter der Woche, eine Stunde Pressekonferenz. Kurzfristig, aber tut sich nichts. Abgesehen von einem Bekenntnis des Präsidenten. Peter Schöttl ist und bleibt Trainer. Und der bekommt einen Sportdirektor vor die Nase gestellt. Im Winter gibt es neue Spieler, das Stadion. Ist eine Sanierung zu teuer? Vielleicht doch ein Neubau? Man weiß es nicht. Ach ja, Zukunft, die nahe Zukunft, Europa League. Eine Reise nach Norwegen steht an. Die Unruhe wird sicher bleiben, egal wie das Spiel dort ausgeht. Dafür bräuchten wir einen richtigen Lauf, dass wir da wieder positiv rauskommen bis zum Winter. So ist das bei Rapid. Danke Steffen Hofmann für die offenen Worte am Sonntag in der Früh. Hans Kranke, hätten Sie, Steffen Hofmann, einen Drei-Jahres-Vertrag gegeben? Auf die Frage habe ich gewartet. Wie ein Geier habe ich gewartet. Zwei Dinge. Ich schätze den Steffen Hofmann sehr. Und der wichtigere Spieler von Rapid. Und ich hätte ihn auch weiter verpflichtet. Ich hätte ihm keinen Drei-Jahres-Vertrag gegeben. Nein, das ist zu lange für einen 32-Jährigen. Und er ist auch schon ein bisschen verletzungsanfällig. Trotzdem ist er wichtig für Rapid und ich hätte ihn absolut weiter verpflichtet, aber nicht für Drei-Jahre. Herr Ettlinger, Sie haben jetzt gesagt, Sie gehen mehr Risiko. Sie sind bekannt als jemand, der auch in der Öffentlichkeit dann hin und wieder genau das Richtige sagt, zu einem richtigen Zeitpunkt. Wie lange ist der Vertrag mit Steffen Hofmann eigentlich ausgehandelt? Weil der Zeitpunkt der Bekanntgabe war ja irgendwie dann doch ein Ablenkungsmanöver. Oder war ja eine ungute Situation nach dem Wolfsburg-Heimspiel? Nein, überhaupt nicht. Wir haben eigentlich vor, ich glaube, eineinhalb Wochen uns das erste Mal diesbezüglich zusammengefunden. Die Vorstellungen, die der Steffen Hofmann hatte, waren hoch anständig. Ich muss das wirklich sagen, auch für einen Menschen, der so hochstilisiert wird, da ist unverzichtbar für den Verein, um das auf gut Wienerisch zu sagen, reibt in der Regel auf. Und genau das hat Steffen Hofmann nicht getan. Das möchte ich wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Und unser Gespräch, wir haben uns in einem traditionsreichen Wiener Kaffeehaus getroffen, vielleicht zwei Stunden. Aber wir hätten noch fünf Minuten gehen können. Das waren zwei Sätze hin, zwei Sätze her und wir waren uns einig. Und den Zeitpunkt der Veröffentlichung haben wir gemacht, nachdem also der Vertrag ausformuliert war. Denn ich habe Handschlagqualität, der Steffen hat auch Handschlagqualität. Daher ist das an und für sich zwar marginal, aber trotzdem notwendig. Und daher haben wir ihm zum frühesten möglichen Zeitpunkt in der Öffentlichkeit vorgestellt, wie das wirkt. Ob das jetzt mit der Entlastung oder hin und her, wie das in der Öffentlichkeit und von so spitzfindigen Journalisten interpretiert wird, ist mir ehrlich gestanden ziemlich wurscht. Wenn ich ununterbrochen auf alle Zurufe von Journalisten reagieren würde, hätte ich schon längst einen Herzschlag bekommen. Und das würde ich mir eigentlich ersparen. Was mich an und für sich in der Journalistik stört, nicht die Kritik, überhaupt nicht. Ich bin ein sehr kritikfähiger Mensch, ich bin auch tolerant. Viele im Stadion, die auf anderen Tribünen sitzen, sagen, wieso Loster tut das gefallen, dass da also im eigenen Stadion mit Spruchbändern und etc. gegen Vereinsführung etc. vorgegangen ist. Das sind aber nicht die Journalisten. Nein, andere, die im Stadion sitzen. Meine Haltung ist, jeder hat eine freie Meinungsäußerung. Mich stört das eigentlich nicht. Was mich stört, ist, wenn Falschmeldungen, gezielte oder solche, die ganz einfach von irgendjemandem, der irgendetwas verfolgt, in die Öffentlichkeit kommt. Und Herr Huber, sind Sie mal nicht böse. Das ist der Artikel über die 120 Millionen, wo Rapid nicht zugegriffen hat. Da sind Sie ganz noch zugegriffen. Sie sprechen ein Stadionprojekt. Moment, ich hole Schauen Sie, ich habe das wirklich mitgenommen. Das steht nicht drinnen, Herr Edlinger. Also es geht um einen Artikel, den Alexander Huber geschrieben hat im Kurier am vergangenen Donnerstag. Ich zeige Ihnen, das ist die vergebene Stadionchance. Und dann wird ein Projekt kritisiert, wir hätten eine Chance vergeben. Dieses Projekt schaut so aus. Vielleicht können wir das mit der Kamera zeigen. Das ist das Stadion. Und das ist das... Moment, Sieben, geben Sie es mir kurz. Sie werden es in die Kamera halten. Also das ist das Stadion. Und das ist das Projektgebiet. Vom Projektanten, der jetzt gar keine Freude... Warten Sie, ich muss das aufbauen. Vom Projektanten, der gar keine Freude hat, dass das so in der Öffentlichkeit mit dem haben Sie gar nicht geredet, sondern nur mit dem Lobbyisten, der ein Rapid-Fan ist, der vielleicht gar keine so schlechte Meinung hat. Aber schauen Sie, wie das Projektgebiet heißt. Zentrum U4 Hütteldorf. Der kam zu uns. Und wir haben ihm die Stadt geschickt. Ob da vielleicht der Kuhn einmal nicht zurückgerufen hat. Oder ja, das ist eigentlich marginal. Ein Stadtentwicklungsprojekt, das schön ist. Wunderbar. Aber man muss sich vorstellen, Unterführung Keißlergasse, Vergnügungspark, Tiefgarage mitten in einem kontaminierten Gebiet. Und das soll Rapid in irgendeiner Weise vorantreiben. Das ist faktisch völlig unnötig. Jetzt muss der Alexander Huber auch was dazu sagen. Herr Präsident, ich habe nicht geschrieben, dass Rapid das alleine stemmen hätte sollen. Mit wem denn? Wir haben ja telefoniert und Sie haben zu mir gesagt. Die vergebene Stadion-Chance. Rapid hat eine Chance vergeben. Dafür ist die Stadt studiert. Soll Rapid eine Unterführung planen oder händeln? Eine Garage bauen oder händeln? Ein Einkaufszentrum in einem Gebiet, wo nicht einmal drei Geschäfte, die vis-à-vis vom Stadion sind, gehen? Das Projekt ist hübsch, interessant, aber es ist ganz einfach für einen Fußpräferent nicht händelbar. Daher haben wir gesagt, bitte zur Stadt. Und der Projektstand... Steht aber nicht drin, dass der Rapid das alles alleine händelhaft sagt. Nein, aber wo ist der mit wem? Und der Investor, da kommt immer dann die Idee, der Investor. Ich weiß nicht, es gibt es keinen. Ich habe mich mit dem Projektanten auseinandergesetzt. Und vor allem auch ein Investor, der ist ja nicht die Caritas. Der will ja verdienen. Und können Sie mir sagen, was man bei der Unterführung einer Straße verdienen kann? Was man bei der Gestaltung vom Bahnhofsplatz Hütteldorf verdienen kann? Bei einem Einkaufszentrum kann man zum Beispiel was verdienen. Dort nicht. Dann würde ich Sie gerne... Dann ist vielleicht der Standard von Rapid der falsche, wenn man dort nichts verdienen kann. Nein, das ist ein Fußballplatz und nicht ein Einkaufszentrum. Das ist einfach ein Unterschied. Also noch einmal, wir haben gesagt, lieber Herr So und So, ich sage es im Namen des Projektanten nicht, weil der das nicht will, bitte gehen Sie zur Stadt. Das Projekt ist bei der Wiener Entwicklungsgesellschaft bekannt und anhängig. Und daher ist diese Sache, dass man sagt, Rapid hat eine Chance vergeben, ganz einfach falsch. Jetzt kommen wir schon vor, wie bei einer Wahlkampfdiskussion. In Basel steht ein Stadion, ein Wunder, ein tolles Fußballstadion. Wir haben mit dem Team damals schon gespielt, es gibt es noch ein Zorn. Dort gibt es ein großes Einkaufszentrum. Aber das ist in einer ganz anderen Gegend, bitte. Ja gut, aber es trotz dem. Es hat nichts mit dem Einkaufszentrum zu tun. Ich frage mich, ich frage mich aber nur wegen denen. Nein, wir sind das ein bisschen weiterverfolgt. Aber der Alexander, warum hat aber dann der Kuhn nicht zurückgerufen? Weil er gleich gewusst hat, dass das ein Schaß ist? Nein, bitte, nein, so sicher nicht. Der Kuhn hat mehrfach mit denen geredet. Ob er dann irgendwann einmal den Lobbyisten nicht zurückgerufen hat, weiß ich nicht. Als ich aus mir herangetragen habe, habe ich gesagt, wunderschönes Projekt, hervorragend durchgedacht. Bitte gehen Sie zur Stadt. Das ist ein Projekt, das die Stadt realisieren muss. Und wenn die Stadt sagt, ja, wir machen das, da bin ich mit Freude dabei. Aber ich kann es nicht betreiben als Vereinspräsident. Und jetzt ist Alexander Hub am Wort und der kann jetzt noch mehr dazu was sagen. Herr Präsident, Sie haben vollkommen recht. Rapid kann das nicht alleine stemmen. Das steht auch nirgends in den Artikeln, das fordert niemand. Aber was ich mich schon frage, ja, ja, ich glaube, ich stehe da auch drin, dass er bitte die Chance vergeben hat. Nein, Herr Präsident, bitte. Bitte. Herr Präsident, Sie haben beste Kontakte in die Politik. Sie haben viele Sponsoren gebracht. Sie haben nach wie vor in der SPÖ wichtige Vertrauensleute. Die Stadt Wien, bitte lassen Sie mich nicht. Der Fußballverein ist eine Teilorganisation der SPÖ. Was wollen Sie denn da? Wie argumentieren Sie den ernst? Darf ich vielleicht jetzt einmal ausreden? Nein, das ist unglaublich. Ich habe nicht schon, dass Sie gute Kontakte haben. Ich habe immer diesen Verein in einer totalen Äquidistanz parteipolitisch geführt. Wir haben im Kuratorium Vertreter aller politischen Parteien. Weil das geht nur auf die Nerven, dass Sie mir das unterstellen. Ist das jetzt eine Unterstellung, wenn ich sage, dass Sie gute Kontakte haben? Ja, und damit soll ich der Lobbyist von einem Lobbyisten werden? Nein, 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 nein. Na sicher, das wollen Sie jetzt. Der Lobbyist kommt zu Ihnen oder zu mir und ich gehe jetzt mit dem Lobbyisten zur Stadt Wien, weil ich die durchkenne, damit die das machen. Ja, das ist ja Korruption, was Sie mir unterhalten wollen. Nein, 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 also jetzt wird es dann abenteuerlich. Nein, nein, nicht abenteuerlich. Das ist die logische Vorzüge. Also, das ist der Stadionprojekt. Herr Stadion, Herr Huber, was steckt dahinter? Ich würde das gerne auf eine allgemeine Ebene heben. Wenn da jemand dann rapid herantritt mit einem Projekt, wo der Herr Präsident völlig richtig hat, das ist eine schöne Sache, aber es ist eine große Sache, dann denke ich mir, entweder man sagt, das schaffen wir nicht, lassen wir es bleiben. Oder, und das ist wirklich keine Unterstellung, wenn ich sage, Sie haben gute Kontakte, man versucht mit der Stadt Wien, vielleicht mit denen gemeinsam, dort einen Termin zu finden und sagen, können wir da was machen? Wenn es dann nicht hinhaut, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann hat es halt nicht funktioniert. Das ist mein Eindruck. Es gibt, rapid kommt mir vor, wie ein Verein, der als Stürmer nicht die Qualitäten hat, die Hans Krankel gehabt hat. Es kommen Chancen her und dann wird entweder knapp daneben geschossen oder der Ball wird gar nicht getroffen. Und das ist schade. Und ich möchte jetzt, wie das allgemein abläuft, ein Beispiel erzählen. Letztes Jahr, wir haben ein paar Mal deswegen telefoniert, sind Leute aus dem Verein auf mich zugekommen und haben gesagt, in der Kabine schimmelt es. Und ich denke mir, das kann nicht sein. Das ist ein Verein mit 30 Millionen Euro Umsatz ungefähr, das gibt es ja nicht. Da arbeiten jeden Tag Menschen, da kann es nicht schimmeln. 20 Millionen? Europa League, letzte Mitgliederversammlung waren es 33er. Sie reden über Dinge, wo Sie keine Ahnung haben, Herr Huber. Sehen Sie mir nicht, ob furchtbar ist, dass man das mal schreiben. Dann habe ich mit mehreren aus dem Verein gesprochen und die haben mir das bestätigt, dass es da ein Problem gibt. Dass teilweise sogar die Spieler woanders behandelt werden, weil sie schon Angst gehabt haben, vielleicht gibt es da irgendwelche Infektionskrankheiten. Gut, dann habe ich mit Herrn Edlinger gesprochen, wir haben das veröffentlicht und dann sind zwei Sachen passiert. Das eine ist, es sind die Leute gefragt worden, wer hat da mit dem Kurier gesprochen, das gibt es ja nicht, sowas darf nicht rausgehen. Und das zweite war, die Kabine ist umgebaut worden, ist saniert worden, ist neu eingerichtet worden und das Problem ist jetzt behoben. Sowohl eins als zwei ist auch legitim. Nur die Frage stellt sich für mich, warum muss es überhaupt so weit kommen, bei einem Verein wie Rapid, warum muss da überhaupt so ein Problem besprochen werden, vielleicht wenn er gezielt an eine Zeitung getragen wird, dass da schimmelt. Das sind so grundsätzliche Probleme, wo ich mir denke, das sollte nicht passieren. Passiert aber, immer wieder, in ähnlicher Form. Und das glaube ich ist, bei allem persönlichen Einsatz, Sie wissen das ja, ich schätze das, wie Sie sich da reinhauen ehrenamtlich, nur es geht sich einfach irgendwie scheinbar nicht mehr aus. Und da denke ich mir, man muss vielleicht sich überlegen, ob man sich anders aufstellen kann, ob man vielleicht die Struktur ändern kann oder ob man sagt, okay, wir sind halt nicht mehr das Rapid, das früher mal alle zwei Jahre Meister geworden ist, wir müssen ein bisschen runterfahren von den Erwartungen. Das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem. Das grundsätzliche Problem ist, dass das Hanabi-Stadion einfach saniert gehört, umgebaut gehört, in wahrstem Sinne, Hans-Kantl-Sims, glaube ich, haben wir gesagt, weggerissen gehört. Nein, ich bin auf der Pfarrwiesen aufgewachsen und habe dann gespielt im Hanabi-Stadion. Aber ich sage dir, alles, was wir gespielt haben, schon im Hanabi-Stadion, es ist wunderbar. Ich sage immer, mein zweites Wohnzimmer und das sage ich voller Liebe, nur es ist alt, es ist hin und es schimmelt und man muss etwas tun. Und jetzt ist einmal ein Jahr nichts passiert. Die Entscheidung, ich kenne ja nicht die Vorschläge, wo es gekommen sind. Man kann nur eins machen, man kann dieses Stadion sanieren, man kann dort alles wegreißen und ein neues Stadion am selben Platz aufbauen. Oder es hat einmal geheißen, dass draußen, wo die Autobahn, wo die Autobahn rausgeht und einer geht, in der Mitte wäre ein Platz und man könnte dort ein neues Hütteldorfer Stadion hiebern, weil wir in Hütteldorf bleiben wollen, was grundsätzlich hundertprozentig in Ordnung ist. Also die drei Sachen gibt es, obwohl ich nicht weiß, ob die dritte Sache der Wahrheit entspricht. Bleiben wir mal bei dem Projekt Stadion. Und in dieser Zeit, wo das Stadion saniert wird oder wo man es niederreißt und baut ein neues Hütteldorfer Stadion auf, wenn man das darf, muss man halt woanders spielen, das ist klar. Und das besprechen wir jetzt schon oder wird besprochen seit eineinhalb Jahren, oder? Irrämie? Oder sage ich zu viel? Und das ist ganz einfach, es ist zu lange. Du weißt, wo sich wir zwei, wo die Visagisten kommen und mit dem Ding, wie es dort stinkt in der Kapitän, das ist die 21 Kapitän, ich kenne das. Das ist nicht lustig. Ich bin dort, wirklich, ich habe dort auch gespielt und bin dort aufgeworfen, das ist nicht lustig. Und dort gehört einmal, was ich gemacht und das dauert alles zu lange, so wie er sagt, das sind so viele Dinge, das dauert zu lange und er hat vollkommen recht, wenn ich das höre, ich habe die Geschichte nicht gekannt. Aber wenn ich höre, dass wer zum Kurier geht, vom Verein, der dort zum Tun hat und sagt, dort schimmelt es, dann schreibt der Journalist in Hannape Stadion, schimmelt es, dann ruft den Präsidenten und sagt, im Stadion schimmelt es, der Präsident wird empört gewesen sein, da schimmelt. Und dann findet was statt und dann wird alles repariert. Nein, nicht besser. Dass im Stadion schimmelt und dass das Stadion baufällig ist, wissen wir jetzt alle. Die Frage ist, was passiert ist konkret? Neubau, Umbau, was ist innerhalb des Vereins, innerhalb des Präsidiums jetzt der Weg, der gangbar ist und der als Ziel ausgegeben wird auch von Ihnen? Wir haben vor ungefähr einem Jahr von der Stadt Wien einen namhaften Betrag bekommen, der sehr hoch wirkt, mit dem wir zunächst einmal eine ganz wichtige Einrichtung geschaffen haben, nämlich das Trainingszentrum am Rande des Prater Stadions. Da haben wir über drei Millionen investieren müssen aus der Subvention. Dadurch ist es uns gelungen, etwas, was ich wirklich vier, fünf Jahre mich bemüht habe, im Westen Wiens irgendwo in einem Standort zu finden, was nicht möglich war, weil bestimmte Projekte dann nicht realisiert worden sind, aber nicht von uns. Der Bund hat keine Schule gebaut und der Kaserne ist nicht in der Lage gewesen, nämlich die AKT immer auf Wien hereinzubringen. Was ja wirklich unmöglich war, dass die 15- bis 18-Jährigen in Niederösterreich trainieren mussten. Das ist einmal gelungen. Der zweite Auftrag mit dem Gemeinderatsbeschluss, glaube ich, ist ja ein Auftrag, nämlich die Sanierung und Erweiterung des Stadions. Wir wussten, das ist ein altes Stadion und wir haben dann im Juli das Stadion in Pacht übernommen und damit übernehme ich auch die Verantwortung, die eine völlig andere ist, als wenn das die öffentliche Gebietskörperschaft ist. Würden Sie das heute wieder tun mit dem Wissen? Selbstverständlich würde ich es wieder tun, weil im Bereich der öffentlichen Hand das aus vielen Gründen viel länger dauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir gemacht? Wir haben unmittelbar, nachdem wir das Stadion, nämlich die Subvention bekommen haben, 17,7 Millionen genau für die Sanierung und Erweiterung des Stadions, nach Ausschreibung ein sehr renommiertes österreichisches Wiener Institut gebeten, eine genaue Bestandsaufnahme des Stadions vorzunehmen. Weil ich eines nicht wollte, was verteuert viele Projekte, die dann in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Dass man mit einer oberflächlichen Betrachtung sagt, der Altbestand passt schon und dann im Zuge der Renovierung draufbauen sagt, das gehört noch gemacht und das gehört noch gemacht und dann hast du eine Verdoppelung der Baukosten oder, oder, oder. Das ist nicht angenehm in der öffentlichen Hand. Da gibt es dann möglicherweise Diskussionen, aber irgendwo kommt dann das Geld her. Wenn das ein Privater, wie es auch ein Privater tut, dann kann er sich aufhängen. Und da haben wir eine sehr detaillierte Studie mit Erweiterungsvorschlägen und sind zu folgenden Schluss gekommen. Und die Firma hat so lange gebraucht. Weil wenn man etwas genau anschaut, wo man auch eine Verantwortung und eine Garantie übernimmt, das ist aus der Sicht dieser Firma, dann muss das genau sein. Dass sämtliche Erweiterungen, die überhaupt theoretisch möglich sind auf dieser Kubatur, nicht den entsprechenden Fassungsraum bieten, keinen Mehrwert für Rapid. Und das ist ja ganz eine entscheidende Frage, weil wenn wir mit einer teilweise privaten Finanzierung hineingeben, müssen wir es ja refinanzieren. Also brauche ich einen Mehrwert gegenüber jetzt? Und sind zu dem Schluss gekommen, nachdem wir das uns auch in einigen in Deutschland angeschaut haben, wenn wir eine deutsche Firma da gehabt haben, die in Deutschland viele Stadien gebaut haben, Mainz, Augsburg etc., die der Meinung sind, mit einem wesentlich geringeren Betrag als eine Sanierung, weil Sanieren ist immer teuer, können sie neu bauen. Daher haben wir vor 14 Tagen abgebrochen und haben gesagt, wir gehen jetzt auf die Neubauvariante. Wir sind mit einem Investor im Gespräch, weil Investor geht in einen Neubau, aber nicht in eine Sanierung, weil dort keine Refinanzierung garantiert werden kann. Und ich gehe davon aus, dass wir ihm bis zum Mai, Juni projektmäßig alles vorliegen haben. Auch die Überlegungen natürlich mit der Stadt, wie man das dort hinstellt, ist nicht ganz einfach. Da muss man sehr darauf Rücksicht nehmen, dass die vorhandene Widmung im Wesentlichen ausreicht, weil sonst hat man möglicherweise aus diesen Gründen weitere Verzögerungen. Ich bin der Meinung, dass wir die nächste Saison, die wir ursprünglich sanieren wollten, das wäre hinausgeworfenes Geld, das sag ich Ihnen ganz ehrlich, das wird nichts, die Sanierung. Also es gibt definitiv einen Neubau? Wir streben jetzt den Neubau dort an, weil eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Das wird zu teuer und lässt sich nicht refinanzieren und es bleibt trotzdem eine alte Bude. Und das möchte ich eigentlich nicht. Daher werden wir die Saison 13, 14 auch noch im HANA bespielen. Und damit komme ich zu dieser ganzen Geschichte, die dort sicherlich sehr ungut war. Natürlich haben wir geglaubt, im Rahmen der Sanierung werden wir alles reparieren. Wie wir bemerkt haben, dass da in einigen Bereichen der Schimmel da ist, wo es sehr unangenehm ist, haben wir es natürlich auf unsere Kosten saniert. Das ist überhaupt keine Frage. Nur waren wir damals der Meinung, wie das aufgetaucht ist, wird eh saniert, dann wird eh ansaniert. Aber der Zeitraum ist ganz einfach zu lange gewesen, daher haben wir das gemacht. Noch einmal. Also es gibt definitiv einen Neubau? Wir haben ernsthaft geprüft, das hat eine wirklich renommierte Firma gemacht, die haben zehn Monate für diese exaktesten Bestandsaufnahmen und Überlegungen, was kann man denn im Erweiterungsbereich machen. Hier sind Kosten aufgestanden, die ganz einfach in die Unwirtschaftlichkeit des Projektes kommen. Ich meine, Sie können aus der Ruine auch ein Ritterschloss machen. Okay, Fassung zu mögen, soll jetzt wirklich konkret dann wie hoch sein? 25.000 aufwärts, maximal 30, aber ich nehme an. Mit wie vielen Kosten rechnen Sie? In Deutschland haben die Firmen, die uns jetzt, ich hoffe in absehbarer Zeit, entsprechende Preisgarantien geben, das Stadien mit 40 bis 45 Millionen endabgerechnet, während eine Sanierung auf einem Fassungsraum von 21.000 fast bis zu 60 Millionen kosten würde. Da brauchen wir nicht diskutieren, was wirtschaftlich ist und was nicht wirtschaftlich ist. Aber eines möchte ich schon sagen, wir haben uns wirklich bemüht, hier sehr seriös vorzugehen. Natürlich dauert das immer lang und wenn einer von draußen zuschaut, dann sagt er, hörst Sie machen da überhaupt nichts, weil der, der zuschaut, auch keine Ahnung hat, wie lange Bautechnik, ich war ja mal im Baugeschäft tätig, also auf der politischen Ebene, ich weiß, wie lange das dauert und wenn Sie sich die Zeit nicht nehmen, dann haben Sie hinten auch die Baukostenüberschreitungen. Also die Rapid-Fans werden froh darüber sein, es gibt einen Neubau des Hanabi-Stadions, wie immer das dann auch heißen wird, diese neue Arena. Ist das auch die Gelegenheit, den Vereinen, der durch diese Verzögerung, ich glaube, Sie haben das bei der Pressekonferenz erklärt, verzögert sich ja auch das Akademie-Projekt. Ja, die Akademie läuft, es verzögert sich nur die Tatsache, die Halle, die fällt. Wenn wir jetzt nicht eine Halle hinbauen und dann, wenn man das Stadion einbaut, dann steht das woanders sinnvoller. Es gibt die Trainingsplätze, die sind saniert, es sind die Nachwuchskabinen saniert. Wenn gebaut wird, ist es möglich, dass man zwischenzeitlich mit der Akademie arbeiten müssen. Muss das jetzt das Ziel sein, den Verein auf eine völlig neue strukturelle Basis zu stellen? Selbstverständlich. Denke ich auch, ja. Auf jeden Fall. Und es fängt, wie gesagt, komplett oben an. Es fängt an bei der Außendarstellung und bei der Kommunikationsfähigkeit des Präsidiums. Und es zieht sich dann weiter in die nächsten Ressorts, bis hin zum kleinsten Mitarbeiter von Rapid. Eben als klassisches Beispiel, wie schon vorhin gesagt, Dortmund Watzke Zorc, ein sportlicher Verantwortlicher, der jetzt eben kommen soll. Ich sage einmal, das ist so der erste wirklich greifbare Vorteil aus dieser sogenannten eigentlich hausgemachten Krise. Dass tatsächlich jetzt ein Sportdirektor kommt, der Druck vom Trainer nimmt, aber auch Druck nimmt zum Beispiel von Herrn Stefan Ebner, der eh nicht nach außen geht und auch nicht nach außen gehen will, was ein gutes Recht ist. Aber auf der anderen Seite muss er ja auch auf wirtschaftlicher Ebene was tun. Es kann nicht sein, dass der Herr Präsident sich da immer, dass er immer seinen Kopf hinhalten muss. Eigentlich muss da jemand zwischengeschalten sein, der den Druck von ihm nimmt. Und so geht das Ganze dann weiter. Diese beiden wirklich starken Männer in diesen beiden Ressorts, Sport und Wirtschaft, müssen im Stande sein, Einzelressorts unter Ressorts aufzubauen. Selbst, nach eigenem Gutdünken, natürlich abgesprochen mit dem Präsidium, um den Verein in die Breite viel massiver zu machen, was wiederum als Vorteil hat, dass man die Marke Rapid viel besser verkaufen kann, weil momentan geht bei Rapid alles gerade aus. Es fängt an beim Tag der offenen Tür, dann geht es weiter irgendwann mit der Weihnachtsfeier, dann ist die Winterpause, dann fangen wir wieder zum Fußballspielen an, irgendwann ist die Saison aus, haben wir Zweiter oder Dritter, nächste Saison, danke. Aber es ist überhaupt keine Motivation jetzt momentan in dieser Geschäftsstelle, oder ich würde nicht sagen Motivation, aber es ist keine Vision da, weil ganz einfach der gesamte Ablauf einer Saison vorgegeben ist und weil man sich überhaupt nicht nach links oder rechts bewegen kann, weil zu wenig Manpower da ist und weil die Leute, die momentan Entscheidungsträger sind, viel zu schwach sind. Männer ohne Gesicht, haben Sie Ihren Artikel genannt, das sind die wahren Probleme des Eskarabit, der, der das meiste Fett abgekriegt hat als Werner Kuhn, der General Manager. Ist der aus Ihrer Sicht das Hauptproblem? Hauptproblem kann man so nicht sagen, dazu habe ich wahrscheinlich selber zu wenig Einblick. Ich bin nur der Meinung, wenn man 18 Jahre beim Verein ist, wie es der Werner Kuhn ist, und der Werner Kuhn ist sicher jemand, der auch seine Qualitäten hat, das möchte ich überhaupt niemanden im Verein absprechen, dass jemand absolut qualitätslos ist. Nur irgendwann einmal setzt meiner Meinung nach eine gewisse Betriebsblindheit ein. Und dann wird es natürlich schwer, innovativ zu sein. Dann ist man so festgefahren und macht eigentlich die ganze Zeit schon dasselbe. Was jetzt dabei effektiv rausschaut oder nicht, ist eine andere Frage. Aber man kann nicht weiterentwickeln. Man kann strukturell nicht weiterentwickeln und meiner Meinung nach kann man sich auch selbst nicht weiterentwickeln und deswegen das Stichwort Frischzählen-Kuh auf Manager-Ebene. Was jetzt überhaupt nicht heißen soll, dass jetzt Köpfe rollen müssen. Das kann ja überhaupt nicht, steht man auch nicht zu, das irgendwie beurteilen zu können, ob das notwendig ist. Aber es muss trotz allem der Neuer her. Und diese Neuen müssen in eine neue, starke Struktur als Führungsköpfe eingesetzt werden. Schauen wir uns, hören wir uns kurz einmal an, was Sie konkret geschrieben haben auf abseits.at. Werner Kuhn hat in der Vergangenheit Termine mit potenziellen Sponsoren bzw. Investoren schlichtweg nicht wahrgenommen. Etwa weil er die Uhrzeit des Termins verschwitzte und weder in der Geschäftsstelle zugegen noch telefonisch erreichbar war. Stimmt dieser Eindruck, Herr Edlinger, aus Ihrer Sicht, den einige in der Öffentlichkeit von Werner Kuhn haben? Ja, wenn man subjektiv so sehen will, möglicherweise, ich halte den Werner Kuhn für einen ausgezeichneten Manager, der, und da gebe ich Ihnen recht, natürlich sehr stark beansprucht ist. Wir sind eine kleine Geschäftsstelle, weil wir immer der Meinung waren, dass es wichtiger ist, im sportlichen Bereich zu investieren als im administrativen. Und ich kann mich erinnern, wie aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalles wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt haben, das mit 13 auf die Homepage gestellt haben, gab's in einigen der Fanforen die Kritik, kauft lieber ein Spöler als einen Beamten, mehr oder weniger, jetzt locker ausgedrückt. Ich hab auch überhaupt nichts, und auch der Werner Kuhn nichts, wenn man kritisiert. Es muss nur stimmen. Das ist, wir haben ja ein Gespräch geführt, wo ich Ihnen ja sehr klar einen Fall, wo ich selber in Ihren Artikel involviert war, klargelegt hab, dass das halt nicht stimmt. Und was ich mir wünschen würde, wenn jemand Internes von Rapid Medial kritisiert, ich will nicht, dass das nicht sein darf. Selbstverständlich darf das sein, dafür gibt's die Medien, nur stimmen muss. Und was meine ich damit? Einer, der ordentlich recherchiert, muss zumindestens demjenigen, den er die Absicht hat, anzugreifen, die faire Chance geben, dazu Stellung zu nehmen, bevor er einen in die Goschenkaut kriegt. Weil vielleicht stört sich aus, dass das gar nicht stimmt. Das wäre fairer Journalismus. So stellen wir das vor. Und gerade mich persönlich, wie kann man immer erreichen? Jeder. Meine Telefonnummer ist bekannt, ich hab eine Geheimnummer, manchmal stört's mich sogar bei meinen wenigen Familienamten, ich hebe immer an. Also jederzeit diskussionsbereit, nur stören tut's mich, wenn ein Mitarbeiter, der seine Qualitäten hat, kritisiert wird, zu Unrecht. Wenn er kritisiert wird, zu Recht, dann muss man sich mit ihm auseinandersetzen. Aber auch in Ihrem Artikel stehen einige Dinge, wie es jetzt wirklich, das geht jetzt hundertstens, tausend sein. Aber lassen Sie einen Mandel noch kurz was dazu sagen. Wo das halt nicht so stimmt. Und das tut mir eigentlich leid. Weil ich erstens, Sie schätze, Sie schätze ja die Arbeit, die Sie also leisten. Ich weiß, dass Sie ein wahnsinniger Rapid-Fan sind. Da sitzen, glaube ich, drei zumindest, kann man so beurteilen. Das ist ja was Positives, wenn man sagt, man ist ein wahnsinniger Rapid-Fan. Sie wollen das Beste. Aber fair, bitte fair. Alle, die bei uns arbeiten, sind wahnsinnige Rapid-Fans. Manchmal passiert vielleicht ein Fehler. Reden wir doch drüber. Ja, ist gut, dann reden wir drüber. Sie haben jetzt gerade gesagt, es geht um Rechtfertigung. Und es geht um ein konkretes Beispiel in meinem Artikel, wo Sie sagen, es stimmt nicht. Was stimmt nicht dran? Wie war es wirklich? Es stimmt beispielsweise, Ihre Darlegung, dass wir bei Emirates irgendwas verschlampt hätten, nicht. Wie war es wirklich? Ja, es war wirklich. Wir waren dort. Ich war selber dort. Zwischen die Weihnachtsfeiertage hinuntergeflogen. Wir haben ein hochrangiges Gespräch geführt mit Vertretern der Emirates. War was von der politischen Ebene dort dabei. Wir waren sehr beeindruckt. Ich bin eigentlich sehr optimistisch zurückgekommen. Nachricht kommt von der Wiener Repräsentanz. Und dort ist uns ein paar Wochen später mitgeteilt worden, die Emirates haben kein gesteigertes Interesse am Standort Wien. Gut, das hat aber einen Grund gehabt. Das weiß ich nicht. Den Grund wissen Sie, den Grund sagen Sie nur nicht. Ich weiß es eben nicht. Also was ist der Grund? Der Standort Wien, der Standort Wien, das hat mit uns nichts zu tun. Da ist es ja gegangen um eine Marketingaktion von Emirates. Aber da ist es ja nicht so, Herr Präsident, bitte, es ist ja nicht so, dass Werbung so funktioniert, dass man eingeladen wird von jemandem und derjenige sagt dann, hey, ihr seid super cool, ihr seid ein toller Verein, wir wollen auf eure Brust, da habt ihr fünf Millionen. Da geht es ja um verschiedene andere Sachen. Da geht es ja um Networking. Da geht es ja um Zusammenhänge wiederum. Und der Nutzen der Firma Emirates tatsächlich nicht nur als Trikotsponsor, sondern auch zum Beispiel im Flugverkehr in Wien. Nur das ist ja nie kommuniziert worden. Und das begrittliche auch so an diesem Verein. Was ist nicht kommuniziert worden? Na selbstverständlich ist das kommuniziert worden. Na selbstverständlich, wie können Sie das sagen? Natürlich haben wir versucht, auch am Flughafen entsprechend auszuloten. Was gibt es für Möglichkeiten? Das kann doch ich nicht beeinflussen im Wesentlichen. Das hören wir aber jetzt zum ersten Mal wieder. Ja, entschuldige, ich kann doch nicht alle Dinge sagen in der Öffentlichkeit. Dann sagt man, der interveniert dort umeinander und da umeinander. Na selbstverständlich, wenn wir einen Sponsor an Land ziehen, hat der Interessen. Und da muss ich überprüfen, ist es für mich als Person, und ich bin sehr heikel auf meine Person, ich habe viele Funktionen gehabt, viele meiner Nachfolger sind ununterbrochen vom Strafrichter. Ich war mein ganzes Leben nie vor dem Strafrichter. Also vielleicht ist das schlecht für manche Entscheidungen. Weil ich denke über Nacht, kann ich das? Kann ich das vor mir selber und natürlich auch für den Verein? Weil es hat der Verein nichts, wenn er in ihrer Korruptionsaffäre drinnen ist. Natürlich haben wir das ausgelotet. Da hat es keine Vereinbarung gegeben, damit Emirates seine Vorstellungen, die ich nicht abschätzen kann, ob die machbar waren oder ob andere Gründe waren. Wir waren auf jeden Fall so weit informiert, dass Emirates seine Interessen in Wien nicht weiter forciert. Punkt. Gut, Herr Präsident, aber ich sage Ihnen wirklich... War das mit EADS damals einfacher? EADS war eine Jugendförderung. Ganz einfach, ja. Aber das ist auch ein Thema gewesen, das dann medial aufbereitet wurde und wo zum Beispiel General Manager sogar vor einem Untersuchungsausschuss geladen wurde. Nein, nein. Ich auch. Wir waren beide vor einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, haben dann unsere Aussage getan und damit war es. Sie haben ja nie irgendwo gelesen, der Herr Akun oder ich komme jetzt vom Strafrichter, oder? Habe ich auch nicht behauptet. Eben. Aber es geht ja um Gegenleistungen. Nein, nein. Da geht es um die Methode, wie man zu Geld kommt. Ich sage Ihnen, es gab nie irgendetwas und es wird auch im letzten Jahr meiner Tätigkeit nichts geben, wo der Rudi Edlinger irgendwo vor eine Sache macht, die unredlich ist. Das schadet nämlich nicht nur mir als Person, das schadet auch meinen Verein. Und das werde ich sicherlich nicht machen. Selbst dann, wenn man mich möglicherweise dort oder da durch weniger informierte Journalisten in die Goschen haut. Dann nehme ich lieber das in Kauf, bevor ich fürchterliche Troubles an den Verein ablade oder auf mich selber. Ganz einfach, das ist meine Haltung und das habe ich mein ganzes Leben so vertreten. Und ich bin damit nicht schlecht gefahren. Ich bin immer in 72 Jahren und habe noch nie eine Unredlichkeit begangen. Und da wäre ich nicht einmal rot, wenn ich Ihnen das sage. Wegen der EADS-Sache, ich finde das Ganze schon eigenartig, weil Sie haben ja laufend in Kontakt gestanden. Aber der Rainer Fleck, der damalige Kollege, hat ja im 4. Juni auch mit Ihren Zitaten den Werner Kuhn zu den Aussagen im U-Ausschuss bezüglich Eurofighter und EADS erklärt, dass da das, was Sie gesagt haben und was er dort gesagt hat, nicht zusammengestimmt hat, was Sie auch deutlich gesagt haben. Es ist verjährt, ich sage das ganz öffentlich, also ganz klar, das war 5 Jahre Verjährungsfrist, weil es ist ja eigentlich dort Wahrheitspflicht. Es war knapp 5 Jahre und ein paar Monate danach ist es rausgekommen. Ist aber dann trotzdem für mich eine Frage, ob das nicht auch moralisch oder vielleicht in anderen Sponsorgesprächen ein Problem ist. Was heißt das jetzt? Der Präsident hat nicht gelogen und der Kuhn hat gelogen oder wie? Der Herr Präsident? Das stimmt ja nicht. Das ist ja anders. Beim Untersuchungsausschuss liegen die Protokolle auf. Weil wenn der Herr Kuhn und ich was anderes gesagt hätten, dann wäre das den Parlamentariern dort aufgefallen, oder? Glauben Sie nicht? So, der Herr Kuhn ist da 5 Jahre später von einem Kurierredakteur gefragt worden und hat sich auf manche Dinge nicht mehr präzise erinnern können, nach 5 Jahren. Dass das nicht richtig ist. Also nicht im Untersuchungsausschuss hat er was anderes gesagt wie ich, sondern in der 5-jährigen Darstellung später hat er sich nicht präzise erinnern können. Das ist der Punkt. Das sind so zwei Paar Schuhe, oder? Ja, überhaupt nicht. Nein, ich sag's nur. Man hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber dass es immer wieder Kritik an Werner Kuhn gibt in den vergangenen Wochen, ist vielleicht aufgrund dieser Geschichten auch verständlich, oder? Noch einmal Kritik gibt es an jeden. Ich möchte gerne einen Menschen kennen, den man nicht kritisieren kann. Sie können mich kritisieren, ich kann Innere kritisieren, ich kritisieren, dass wir immer die Rapid in die Goschen hauen, aber sonst macht er nichts. Der Herr Krankel haben wir auch kritisiert. Ich mag ihn, er ist ja eine Galleonsfigur, das ist kein Rapid. Jeden kann man kritisieren, kritisiert sie mich. Aber bitte wahr. Das weiß ich mit dem Rapid nicht. Das ist wahr. Herr Präsident, da muss man kritisieren, was die zwei jungen Kollegen sagen, die von diesen Sachen weiß ich zu wenig und kann ich auch nichts sagen, aber die haben das recherchiert oder nicht. Auffallend ist, dass Rapid nicht sagt, ich sage es jetzt einfach, weil ich von diesen Sachen nichts weiß und mich nicht auskenne und eben darüber auch nicht reden will, weil ich nichts weiß. Wir sind zu wenig modern. Ist das einfach ausgedrückt? Danke. Wir sind hinten noch, Herr Präsident, das hat nichts mit Ihrem Alter zu tun, mit 72. Ich bin auch schon älter, ist kein Problem, aber wir sind nicht mehr modern genug. Und anscheinend ist der Kuhn nicht mehr modern genug, weil er die Sponsoren oder Investoren oder Lobbyisten und wie die alle heißen, sind zu heute schwierig in dieser Zeit, weil er die nicht zurückruft oder nicht zurückrufen will. Wir sind zu wenig modern. Ich sage jetzt ein anderes Beispiel, weil die Zeit, es vergeht leider so viel Zeit. Ich gebe Ihnen ein sportliches Beispiel. Habe ich gelesen in einer Zeitung vorige Woche, war erstaunt von Stefan Ebner, der wirklich nur ein kleiner Sekretär ist und brav und viel arbeitet. Ich weiß ja, ich kenne das eh alles, wie der brav arbeitet und alles ist super. Der sagt in einer Zeitung, Rapid hat das beste Scouting-System nach Red Bull Salzburg. Okay, das sind die Reichen, die können wir eh. Wissen wir beide am wohl der Besten. Rapid hat das zweitbeste Scouting-System und sagt im gleichen Nachsatz, das Scouting-System ist der Anton Herzog Vater und der Friedrich Riedmüller. Nicht Besse. Für dich gehört einem schon vom Verein eine Knackquatschung vom Präsidenten, vom Feinsten. Wenn ich sage, in einer Zeitung das modernste Scouting-System nach Red Bull Salzburg hat der Rapid, der Herzog Vater und der Friedrich Riedmüller. Und dann hat er noch gesagt, sie haben jetzt Nikolaus Narura, der ein Freund von mir ist, der in Salzburg mein Sportdirektor war, als ich da Trainer war. Ein Afrika-Experte, ein super Mensch, mit dem haben sie noch nie geredet oder nur ein paar Mal geredet, ist eh nichts rausgekommen. Und das ist das modernste Scouting-System nach Salzburg. Also da nicht Besse. Das sind so Kleinigkeiten, sportliche. Vielleicht haben sie das zu wenig Einsicht, vielleicht interessiert ihn auch. Das ist auch nicht so als Präsident. Muss auch nicht. Muss einen Trainer interessieren und anderen Leuten, die mit dem Sportlichen zu tun haben. Das sind Dinge mit dem... So können wir bei Rapid nicht arbeiten. Das ist Steinzeit. Das ist der Bimbo Binder und der Uri Dill vielleicht. Wir sind schon viel nachher. Da war ich nicht einmal noch auf der Welt. Und den alten Bimbo Binder habe ich Gott sei Dank gekannt. Da war ich mir drin. Also das geht nicht. Ich muss da kurz einhaken, weil der Thomas gesagt hat, dass ich mich mit dem Scouting-System auseinandergesetzt habe. Es ist halt so, man muss immer differenzieren zwischen Scouting-System und den Menschen, die es betreiben. Man kann ein sehr gutes technisches System haben. Wenn man die falschen Leute haben, die damit durchaus, mag sein, mag ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber es geht immer... Wie hat es auch einer gehört? Was? Um das System an sich, das wir haben, sagt der Herr Präsident. Es geht immer nur um, wer mit diesen Methoden dann zu arbeiten hat. Es gibt wunderbare Hilfsmittel und alles, aber am Ende geht es immer um Menschen. Und um Menschen, die eben in dieser aktuellen Struktur betriebsblind worden sind. Und da geht es jetzt eben nicht nur um eine Person in dem Verein. Da geht es von ganz oben bis ganz unten. Und da einzelne Ressorts, jedes einzelne, oder sagen wir nicht jedes einzelne, es gibt sicher Ressorts, die sehr gut arbeiten bei der Bid. Das ist überhaupt kein Thema, aber es gibt so viele Baustellen in diesem Verein, die von Grund auf verändert werden müssen. Scouting ist eben durchaus auch ein Thema, ist auch meiner Meinung. Und ja, meiner Meinung nach geht es um Menschen. Ja, und jetzt soll immer neuer Sportdirektor kommen. Bis Weihnachten. Ich möchte so noch... Nein, ganz blämmen, ob wir im Sport... Aber das Scouting-System, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ich will jetzt auch nicht über System reden. Wir haben natürlich selbstverständlich auch alle Methoden, die es bei Internet etc. gibt. Das kennen wir dann, das ziehen wir ein paar an. Ich sage nur einmal, man kann Leute kritisieren. Aber, Herr Mandl, es gibt auch so etwas, vielleicht geht es in unserer Gesellschaft wirklich verloren, wie ein bestimmtes Maß an Respekt vor dem anderen. Und wenn Sie beispielsweise über den Herzog, der Nationalbüller war, Trainer war, der in den Jahren ist, oder den Herrn Redmüller, der lange Trainer war, dann in Ihrem Internet sagen, Sie sind ganz einfach nicht Bundesliga-tauglich. Ich kenne Ihre Arbeit. Dann ist es eine Diktion, die mir absolut nicht taugt, weil man den Menschen wirklich wehtut. Und ich weiß nicht, ob sich die Gesellschaft so hin entwickeln soll, dass man sich ununterbrochen wechselweise wehtut. Ein bisschen Respekt. Man kann das anders ausdrücken. Man kann die Kritik anders vorbringen. Aber nicht mit so menschenvernichtenden Diktionen die Schmerzen. Mir tut das wirklich leid. Wir haben ja ein längeres Gespräch über verschiedene Dinge geführt. Vielleicht denken Sie über das eine oder andere auch nach, was ich Ihnen gesagt habe. Ich glaube, dass Sie wirklich ein Rapid-Fan sind. Vielleicht muss man das eine oder andere auch ändern, da mögen Sie recht haben. Aber man muss nicht zuerst Menschen vernichten, um etwas anderes aufzubauen. Das ist, glaube ich, ein... Das wäre... Nein, das ist... Sie haben auch schon die Menschen, die man hat, die Menschen nicht vernichten. Nein, der bringt nicht besser. Nicht Bundesliga-tauglich für eine Arbeit, das tut weh. Herr Präsident, entschuldige ich noch. Jetzt sagen Sie mal, bei Schönerfuß lässt man irgendwas so ähnlich bei Ihnen... Das tut doch weh. Warum muss man das tun? Das würde mich aber interessieren, ob Sie genauso reagieren würden, wenn ich sage, dass der Thomas Prager die letzten sechs Wochen auch nicht Bundesliga-tauglich war. Das ist dann wieder ein Spieler. Das ist dann wieder anders. Manche so, manche gleicher. Das muss man auch nicht sagen. Das ist nicht mehr zu erkennen. Aber ich komme auf den Punkt zurück. Wir haben in absehbarer Zeit eine Änderung an der Spitze des Vereins. Die werden wir in aller Ruhe auch vorbereiten. Wir werden spätestens im November 2013 die Generalversammlung machen. Da braucht der Rudi Edelig... Spätestens seit, dass es auch früher sein kann? Deutlich früher kann es immer sein. Aus meiner Zielsetzung her nicht. Weil man für manche Vorbereitungen vielleicht manches Zeit braucht. Man muss ja mit Leid reden, etc. Je früher man mit Leid redet, desto schlechter ist. Weil dann sind sie gleich vornweg angeschossen. Das ist ganz eine schwierige Angelegenheit. Aber das heißt, mich braucht ja niemand, wie es in einem Medien gestanden ist, ich trete zurück, das ist ein Blödsinn. Ich kann die Tiere nicht mehr mehr. Das ist schon ein bisschen materiell auch ein Unterschied. Also dann wird ein neues Präsidium gewählt. Und das neue Präsidium wird sich seine Geschäftsstelle so herrichten, wie es sie braucht. Herr Präsident, 2013 haben Sie angesprochen eben. Wen würden Sie sich eigentlich als Nachfolger wünschen? Angeblich soll ja Ihr Ziehsohn Dietmar Hoscher, Casinos Austria, Vorstand, Ihr Wunschkandidat sein. Also ich habe überhaupt keinen Ziehsohn, die Definition kenne ich nicht. Sie können mich jetzt fragen, auf sieben Variationen, weil Sie das kennen ja Journalisten, und so auf so viele Variationen, bis Sie allen auf die Nerven gehen. Sie werden keinen Namen von mir erfahren. Keinen. Ich will nur feststellen, dass ich keinen Ziehsohn habe. Ich habe drei Kinder, sechs Enkelkinder und das reicht. Aber Ziehsohn ist ja auch kein schlimmer Ausdruck, oder? Nein, aber ich sage nur, ich habe keinen Ziehsohn. Sie haben immer so Bösartigkeiten unterstellt. Nein, ich habe keinen Ziehsohn. Aber es wird trotzdem keiner nach mir kommen, aber keinen Ziehsohn, weil ich keinen habe. Auf unserer Facebook-Seite wird heftig diskutiert, und da gibt es auch die Frage, tritt Hans Krankel an zur Präsidentenwahl? Nein, ich trete nicht an. Ich kenne nur die journalistischen Aussagen, oder die echten Aussagen, dass Dietmar Hoscher der Nachfolger vom Präsidenten werden soll. Ich kenne den Dieter Hoscher nicht näher, aber er ist mir bekannt. Finde ich eine super Wahl, eine sehr gute Wahl, außerdem weiß ich, dass er ein Erzrapidler ist, ein Nahrischer, der ein Schal bei jedem Match um ist und ein Erzrapidler ist. Ein großer Mann bei Typ 3, glaube ich, wenn ich meine dir. Casinos Austria. Casinos Austria, also... Das wäre ein geeigneter Registrier. Und außerdem gibt es noch eine Verbindung. Ich weiß, dass beide Herren sehr dem Blues zugeneigt sind, also jetzt nicht dem Rapid Blues. Von der Musik quasi, dass er ein großer Plus-Fan ist, so wie auch ich. Aber da kann man beim Hans Krankel die Pluspunkte sammeln. Ich kenne ihn gut und ich finde, wenn der die Wahl sein sollte, der Magister Hoscher ist super Rapid-Präsident. Wer sollte jetzt knapp vor Weihnachten als Sportdirektor präsentiert werden? Ja, das ist die Frage. Ich bin froh, dass ich meinen Vorschlag, den ich vor zwei oder drei Wochen gemacht habe, dass man den Peter Schöttl entlastet, wirklich bei Rapid aufgegriffen wird. Ich finde das eine gute Entscheidung. Wer das sei soll, das muss der Verein entscheiden. Auch da werden wir heute keine Namen erfahren von Ihnen, fürchte ich. Nein. Aber wir haben mit einigen gesprochen, unter anderem mit einem Sky-Experten, mit Jana Gefjertoft. Rapid ist ein super Verein, das weiß man ja, ich liebe den Verein. Aber ich bin kein Sportdirektor, ich bin Fernsehmann, ich arbeite mit meiner Kommunikationsfirma in Norwegen, bin ständig in der Sinne vom Fußball unterwegs. Und ich war einmal ganz nah dran, Sportdirektor beim Rapid zu werden. Aber nein, die mussten anderswo suchen. Was braucht Rapid für einen Mann? Wir brauchen einen, der mit dem Peter Schöttl sehr gut arbeitet. Das ist einfach, weil Peter Schöttl ein sehr gemütlicher, guter Mann ist. Und da brauchen wir auch einen, der nicht nur so eine Galleonsfigur ist. Er muss einen der Visionen haben für den Verein. Das ist der populärste Verein in Österreich. Und ja, da muss er schon die Visionen mitbringen. Ich weiß, Sie verfolgen fast alles, was in Europa passiert. Sie haben sicherlich Rapid auch in der Europa League verfolgt. Das war zum Teil richtig schlecht. Was haben Sie für einen Eindruck von der Mannschaft gehabt, international? Ja, Gott sei Dank haben die heute gegen Martinsburg gewonnen. In der Europa League waren die schwach, auch in der österreichischen Liga nicht so gut. Das war eine Krisensitzung gestern. Und hoffentlich kommen die wieder ins Spiel. Weil österreichischen Fußball braucht nicht nur Red Bull Salzburg, die brauchen auch ein stärker Rapid. Vielen Dank. Also Jan A. G. Fjordoft war ja schon einmal Kandidat als Sportdirektor, ist damals nichts geworden. Ja, als das einmal schon aktuell war, hat er in ähnlicher Konsequenz gesagt, dass er dafür keine, dass er eine solche Funktion nicht anstrebt. Aufgrund anderer beruflicher Situationen, in der er sich befindet. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Gut, Kasten Janker hätte man eigentlich jetzt schon installieren können. Kann man jetzt davon ausgehen, dass er kein Kandidat ist, kein Ernsthafter? Also das ist der Fuß sucht zwei. Ich sag darauf nichts. Sehen Sie mir bitte nicht böse. Gut. Kommen der Donnerstag, meine Herren. Rosenborg gegen Rapid. Welchen Stellenwert hat diese Partie für Grün? Ich glaube, das ist eher ein emotionaler Stellenwert. Ein bisschen Geld wird es auch geben, wenn es Punkte gibt. Punkte für die fünf Jahreswörter. Und ich wollte gerade sagen, das Wichtigste wäre wahrscheinlich, dass Rapid punktet, um ein blamables Ende in dieser Saison in der Fünfjahreswertung zu verhindern. Also wir sind da irgendwo eben in Moldawien, Aserbaidschan momentan unterwegs. Ja, in der Gesamtwertung liegen wir noch auf Platz 16. Ja, aber ein schlechtes Jahr kann dann wieder einen Platz kosten und Rapid hat bis jetzt nicht mehr Punkte für die Fünfjahreswertung gebracht als Ried und Admira. Das ist auch schlecht. Also ich bin mir sicher, der Peter Schöttl wird das ernst nehmen und die Spieler werden versuchen dort zu punkten und ich glaube, dass die Chancen nicht einmal so schlecht sind, weil im Geisterspiel hat man ja gesehen, dass Rosenborg der einzige Gegner halbwegs auf Augenhöhe ist und das Geisterspiel war eher ein Nachteil für Rapid, das ist ein Vorteil für Rosenborg und ich glaube, dass das vielleicht sogar mal den Ehrenpunkt geben könnte. Zudem muss man vielleicht auch sagen, dass der fünfte Startplatz in der zwischenzeitlichen Jahreswertung seit letzter Woche schon weg ist. Ich glaube, deswegen wäre es sehr wichtig, dass wir jetzt Punkte machen und Rosenborg ist rein spielerisch auch in einer großen Krise. Wir haben das letzte Heimwächter gegen Friedrichstadt 0-1 verloren. Ich habe es gesehen, es sind nicht gut, das kann man schaffen. Wir halten auf alle Fälle allen, alle halten Rapid die Daumen. Ich ganz besonders, auch am Donnerstag. Herr Präsident, herzlichen Dank, es gäbe noch einige Themen zu besprechen, vielleicht kommen Sie wieder einmal vorbei bei uns und dann reden wir noch über die Fanproblematik, was sich da im Stadienbereich so getan hat, wer dann Sportdirektor wird und so weiter. Herzlichen Dank für den Besuch heute, herzlichen Dank. Meine Herren, das war Talk und Tore.